Der Abwurf vom Tor geht beim schnellen Kontern immer auf Stefansson. Wir müssen diese schneller Konter sofort unterbrechen. Wenn die Ex-Spieler reinkommen, müssen wir von Manndeckung auf Raumdeckung übergehen. Alexander Pettersson. Manndecken beim Kontern. Entschuldigung, also ich finde, das haben die Islander doch jetzt einfach irgendwie toll gespielt, fand ich jetzt. Raus. Warum ziehen Sie nicht gleich nach Island?